Zwei Gangs Zwei Freunde Hey, Micky! Also Leute, das hier ist heute unser Ehrengast! Und zwei Menschen, die sich lieben. Ich möchte, dass du meine Frau wirst. Lederjacken Sie leben nur nach ihren eigenen Gesetzen. Ein Mann unter meinem Schutz wurde von ihnen getötet. Die ist als Kosten zur Erhaltung deines Lebens ab. Meine Party! Weißt du, was sie mit dir machen? Lederjacken. Sie schaffen sich eine Welt ohne Zukunft. Es erfordert viel, dein Freund zu sein. Du machst das Leben schwierig. Wieso kannst du nicht weiter in Piep sein? Ich liebe dich, Micky. Wo gehst du mit uns hin? Zu Fat Jacks. Dort trifft sich der Clan. Und ihr seid dabei. Ihre Verbrechen senden ihre Leidenschaften. Ich habe ein paar Freunde, Annelie. Dobbs, das hältst du nicht durch. Klotz mich nicht so an. Du hast mich belobt! Erzähl uns was über die Pump, Brüder. Ich wusste nicht, wen von den zwei ich lieber hatte. Also nahm ich sie beide. Ich habe es genossen. Ich fand es toll. Du hast die verführerischsten Augen, die ich je sah. Du hast den Mund eines Engels. Das einzige, worum es dir geht, ist mich nackt zu sehen. Ich würde es lieben. Cary Alves. Du bist mein Schatten. Nichts weiter als ein Furz. Du wirst nie so fein wie ich. Lederjacken. Willst du das Paradies sehen? Einer der provokantesten Filme, den Sie je gesehen haben. Lederjacken.